Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Prehistoric Kingdom Devlog, und zwar dem 36. vom Februar 2021. Und wir haben wieder ganz, ganz tolle News über Prehistoric Kingdom. Und was das ist, das seht ihr jetzt gleich schon. Aber erstmal kommen wir hier zu einem wunderschönen Screenshot von einem Edmontosaurus in einer tollen, ja, ist das eine Graslandschaft? Busch, Gras, Blumenlandschaft. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Und dann kommen wir schon zu was ganz Besonderem, nämlich dem Release-Datum von der Alpha. Und das ist der 19. März. Das heißt, ab dem 19. März können wir uns endlich in Prehistoric Kingdom stürzen und das Ganze endlich mal anzocken in der Alpha-Version. Ich freue mich schon mega darauf. Und es gibt auch schon ein paar Daten, was wir dann alles erwarten können, nämlich sechs verschiedene Tiere. Unter anderem den Tyrannosaurus, den Edmontosaurus, den Lambeosaurus, den Styracosaurus, Nasutoceratops und den Mikroraptor. Und uns erwarten auch verschiedene Skins und Unterarten. Das heißt, wir können auch diese sechs Dinosaurier dann auch noch variieren in Farben und Erscheinungsbild so ein bisschen. Also die Form, die Hörner und sowas ändern sich ja, wenn man die verschiedenen Unterarten auswählt. Dann ist auch schon in der Alpha enthalten das Multi-Level Pathfinding. Das heißt, die Dinosaurier suchen sich ihre Wege und laufen dann auch vernünftig durch die Gehege. Das heißt, man kann wirklich ja enge Gänge für die Dinosaurier bauen, Plattformen oder Rampen. Und die Dinosaurier sollten diese dann auch benutzen und wirklich auf diesen hin- und herlaufen. Außerdem haben wir noch verschiedene Verhaltensmuster oder Verhaltenssachen. Ich übersetze es jetzt einfach mal ganz stumpf. Ja, einfach Sachen, die die Dinosaurier machen. Unter anderem Essen, Trinken, Grasen, sich ausruhen, sich sozialisieren und natürlich durch die Gegend schreien. Broadcasting heißt es im Englischen. Allerdings werden einige von diesen Verhaltensmerkmalen dann später auch noch nach dem Alpha Release hinzugefügt. Also es wird nicht alles schon perfekt sein, aber davon gehen wir ja sowieso gar nicht aus. Und dann kommen wir als nächstes zum kreativen Part. Das heißt, hier sehen wir eine Übersicht an Baumöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Da haben wir unter anderem die Terraforming Tools. Sechs Stück sind es in der Zahl. Erhöhen, niedriger machen, glätten, rauer machen und Erosion. Also das, glaube ich, so richtig huggelig machen. Muss man auf jeden Fall schon sagen, das sind schon viel, viel mehr, als wir bei Jurassic World Evolution standardmäßig haben. Also da haben wir jetzt schon richtig viele Möglichkeiten. Außerdem gibt es dazu noch drei verschiedene Wassermaterialien, die man zeichnen kann. Dann kommen hier unter vier Biome, die man einzeichnen kann. Ich denke mal, das wird dann so ein Tool sein, wo man dann so Pflanzen und so was, Fische einzeichnen kann, wie bei Jurassic World Evolution so ein bisschen. Einmal tropisch gemäßigt, dann haben wir hier als nächstes Buschland und dann nochmal Feuchtgebiet. Das heißt, ja, so sumpfmäßig eher so ein bisschen. Die kann man halt schön einzeichnen. Und ja, die Intensität kann man da auch einstellen. Dann kann man schöne Übergänge zwischen diesen verschiedenen Biomen dann auch einfügen. Dann erwarten wir uns als nächstes 13 verschiedene Strukturen. Ich glaube, das sind einfach Gebäude. Genau, eine Auswahl von Gebäuden zur Tierpflege, Infrastruktur, für die Gästeanlagen und natürlich auch für die Gehege. Außerdem erwarten uns ganze 250 plus Items, die wir platzieren können. Ja, das sind halt Sachen, die man platzieren kann oder zum Beispiel irgendwelche Pflanzen und sowas. Unter anderem hat man da auch sieben verschiedene Wandtexturen und fünf verschiedene Dachdesigns hat man da schon. Dann haben wir auch noch die Wahl zwischen zwölf verschiedenen Zäunen und sieben verschiedenen Wegmaterialien. Ziemlich cool. Und hier steht noch, dass es ein innovatives Wegesystem geben wird. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das Ganze funktionieren wird. Bei Planet Zoo zum Beispiel ist es ja relativ kompliziert mit den Wegen. Und ich bin mal gespannt, wie das bei Prehistory Kingdom dann umgesetzt ist. Außerdem kann man natürlich auch speichern und laden während der Alpha. Allerdings werden natürlich diese Save Games dann nicht mehr funktionieren, sobald die Beta und der Early Access Launch dann draußen sind, weil dann natürlich viel geupdatet wird und verändert wird. Eigentlich waren auch noch ein paar weitere Features geplant, wie zum Beispiel, dass man Objekte und zum Beispiel Wände auch in verschiedenen Farben dann anpinseln kann. Oder die Undo-Redo Mechanic. Das ist ja hier zurück, vorwärts. In der Übersetzung ist es manchmal ein bisschen schwierig. Tut mir leid, wenn es da ein bisschen dauert oder ein bisschen weird ist. Ja, genau diese Funktionen, ich denke, ihr wisst, was ich damit meine, die werden leider noch nicht verfügbar sein, weil die halt noch ein bisschen mehr Arbeit benötigen. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, wir sind es ja sowieso gewohnt, von Jurassic World Evolution keine rückgängige Funktion zu haben. Und der nächste Punkt auf der Liste ist der Management Aspekt. Da können wir nämlich auch schon mal so ein bisschen reinschnuppern. Allerdings überall nur in der Basic-Variante. Das heißt, eine sehr abgeschwächte Variante. Aber es ist cool, dass wir da schon so ein bisschen reinschnuppern können und mit unseren Gästeanlagen und Dinosauriern dann schon das erste Geld verdienen können und hoffentlich dann nicht pleite gehen. Allerdings ist es halt in der Alpha dann noch nicht so ausgereift, wie es dann später im Spiel der Fall sein wird. Genau das gleiche mit dem Strom. Man kann Sachen dann schon mit Strom versorgen. Allerdings fehlen da so Funktionen, wie dass der Strom auch mal ausfällt und dann neu gestartet werden muss. Also das wird alles in der Alpha dann noch nicht verfügbar sein. Und wir werden auch schon die ersten Gäste in unserem Park willkommen heißen dürfen. Allerdings sind das halt noch Basic-Visitors. Das heißt, die sind dann wahrscheinlich noch nicht so klug, bleiben noch nicht an den richtigen Stellen stehen, um zu gucken. Und denen fehlen dann wahrscheinlich noch viele Funktionen und Sachen, die man dann später im Spiel mit denen machen kann. Hier sieht man dann auch noch mal ein schönes kleines Bild von diesem Management-Aspekt in so einer Wirtschaftsansicht wahrscheinlich. Dann haben wir hier auch noch eine kleine wichtige Info. Hier steht eigentlich nur drin, dass die Beta und die Alpha als verschiedene Meilensteine behandelt werden. Das heißt, während dieser Alpha-Phase, wenn dann ein Devlog rauskommt, wird sich an der Alpha nichts ändern. Diese Sachen, die im Devlog dann vorgestellt werden, werden dann in der Beta hinzugefügt. Allerdings wird natürlich das Feedback von den Spielern aus der Alpha auch benutzt, um das Ganze zu verbessern, um Bugs zu finden und und und. Allerdings steht halt da drin, dass das Ganze zwei verschiedene Meilensteine sind und nicht miteinander vermischt wird. Dann haben wir hier noch ein paar Infos. Da picke ich jetzt auch mal die wichtigen für uns raus. Es ist nämlich so, dass dann alle Leute, die das Spiel gekauft haben, nach und nach dann hoffentlich auch ihre Keys und andere Sachen, die sie freigeschaltet haben, je nach Version, die sie gekauft haben, auch dann irgendwie bekommen werden. Wie genau, weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, die Entwickler werden uns darüber dann auf jeden Fall noch informieren. Dann steht hier noch, dass die Alpha nicht der Early Access Launch ist. Das darf man nicht verwechseln. Der Early Access Launch, der kommt später am Jahre 2021. Und wir dürfen Screenshots, Streams und Videos von Prehistoric Kingdom teilen. Das heißt, ich werde ganz, ganz viel auf meinem Kanal auf jeden Fall über Prehistoric Kingdom machen. Wenn ihr das sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Als nächstes kommen wir zum Punkt Development Report. Da sehen wir gleich noch mal ein paar schöne Screenshots. Hier oben steht halt nur drin, dass das Team hart an einigen Sachen gearbeitet hat. Ich denke, das können wir mal eben schnell überspringen. Das ist jetzt gerade nicht ganz so wichtig. Aber das hier ist ja schon mal ein sehr, sehr schönes Gebäude. Apato Apparel. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gebäude ist. Aber ich muss sagen, ich kann es sogar groß machen, das Wasser sieht ja mal wunder, wunderschön aus. Und auch hier die ganzen Bäume und Büsche. Das Spiel ist einfach so unfassbar hübsch geworden. Ich freue mich da richtig drauf. Und es ist jetzt echt nicht mehr lange hin. Also das ist wirklich krass. Es sind glaube ich drei Wochen oder so, bis es rauskommt. Ich bin echt geflasht. Ich kann das noch gar nicht irgendwie richtig fassen. Hier haben wir auch noch mal ein wunderschönes Bild von einem Mikroraptor. Der ist auch echt hochauflösend. Man sieht wirklich jede einzelne Feder. Das ist echt sehr, sehr schön. Aber ich habe hier gerade gesehen, die Texturen und die Federn von dem wurden auch noch mal überarbeitet und verbessert. Die sehen jetzt wirklich sehr, sehr schön aus. Und der hat sogar noch so einen Daumen bekommen. Ich glaube, damit ist dieser Finger hier gemeint. Damit der wirklich auch ein bisschen paleontologisch akkurater ist. So habe ich es hier zumindest gelesen. The Birds Thumb. Gehen wir davon aus, dass das damit gemeint ist. Und hier steht auch noch, dass die Wassertexturen überarbeitet wurden und verbessert wurden. Die sehen wirklich schon sehr, sehr gut aus. Also kann man nicht anders sagen. Als nächstes kommen wir zu diesem Development Report. Da steht dann immer so ein bisschen drin, was geplant war und umgesetzt wurde. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne pausieren und euch das genauer angucken. Wir gehen die Punkte jetzt nicht alle einzeln nochmal durch. Wir kommen nämlich jetzt zu den Entwicklungs-Highlights. Und da haben wir als allererstes das Path-Finding-System. Das heißt, dass die Tiere jetzt wirklich sich einen Weg suchen, wo sie langlaufen können. Das heißt, die könnten jetzt auch durch Gebäude laufen, an Wänden vorbeilaufen, auf Rampen drauf und auf andere Gegenstände, wie ihr hier schon wunderschön sehen könnt bei diesem AdMonto. Das soll soweit auch schon recht gut funktionieren. Da bin ich echt gespannt, wenn wir das testen können. Kann man da eine richtig krasse Gehege bauen. Sieht schon alles so wunderschön hier aus. Nächstes Bild. Oh! Da ist so ein schöner Liegeplatz gebaut worden für den. Da liegt er in der Sonne. Das ist ja auch wunderschön. Da wird man wirklich viele Möglichkeiten haben, interessante Gehege für die Dinos zu bauen. Ich glaube, wir werden viele, viele Stunden Zeit in dieses Spiel investieren. Als nächstes wurde hier auch noch ein wenig an dem Audio gearbeitet. Hier haben wir auch ein wunderschönes Beispielvideo von dem Edmontosaurus, wie er sich verständigt. Das würde ich sagen, schauen wir jetzt mal ganz kurz rein und hören uns das mal an. Das würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz rein. Das klang doch schon mal sehr, sehr vielversprechend. Fand ich echt cool. Und dann haben wir als nächstes ein paar Screenshots von Bäumen und Sachen, die man platzieren kann. Was für Bäume das jetzt genau sind, steht in dem Text dabei, aber das ist jetzt für mich nicht so wichtig. Die sehen aber wirklich richtig gut aus. Ich sehe hier, glaube ich, so Birken. Ich weiß gar nicht, was das für Bäume sind. Ich kenne mich da leider nicht aus. Und dieser Baum sieht halt auch echt cool aus. Die Texturen sehen soweit auch schon richtig gut aus. Schön hochauflösend. Da haben wir noch mehr Bäume. Das sind eher so Palmen. Das ist halt komplett anderes Feeling hier. Ich glaube, das ist eher so Tropenlandschaft. Aber das sieht noch ein bisschen pixelig hier oben aus. Kann aber auch an dem Screenshot liegen, wenn wir dann Ingame feststellen. Ah, und dann gibt es ja auch verschiedene Größenvarianten bei den Bäumen. Ja, das sieht man hier wirklich ganz gut. Das ist natürlich auch nice. Da kann man viel daraus machen. Ich bin auch gespannt, ob es noch diese Funktion geben wird, dass man einzelne Gegenstände größer und kleiner ziehen kann oder länger und breiter und sowas. Das gab es ja ganz früh in der Demo. Fand ich eigentlich immer ganz praktisch, muss ich sagen. Dann bekommt man hier schon mal einen kleinen Einblick auf die verschiedenen Wandtexturen, die man zur Verfügung hat. Hier so zwei Holzsachen. Das sieht so ein bisschen fliesemetallmäßig aus. Das hier sind Steine. Das ist mehr so asphaltmäßig. Und das könnte ja so Kunststoff sein. Sehen aber sehr interessant aus, die Böden. Oder Wände eher gesagt. Ich weiß gar nicht, ob man die dann auch als Boden benutzen kann. Kann man ja wahrscheinlich dann auch einfach drehen. Also sollte es kein Problem sein. Und als nächstes haben wir ja auch noch drei verschiedene Dachdesigns. Die kann man ja auch nochmal sehen. Sieht auch schön aus, muss ich sagen. Ich glaube, da fehlt mir aber noch so ein bisschen die Tiefe. Also dass hier die Bretter noch so ein bisschen Tiefe bekommen. Oder hier gerade. Diese Fuge so ein bisschen mehr aussieht, als wenn sie so tiefer reingeht. Das sieht gerade einfach nur so ein bisschen aufgedruckt aus. Auf eine glatte Fläche. Zumindest hier auf dem Screenshot. Mal gucken, ob sich das noch ein bisschen verbessern wird. Dann haben wir hier drei Heu-Plätze, wo die Dinosaurier dann schlafen. Sie sehen auch schon echt gut aus. Ich muss jedes Mal sagen, dass ich diese Landschaft wunderschön finde. Gerade auch mit diesen Felsen und dann diesen grünen Büschen. Der Untergrund sieht auch super aus. Wirklich toll. Oh, hier ist dann sogar schon so ein gebauter Unterschlupf. Die ein oder andere Textur sieht noch ein bisschen pixellig aus. Ich finde zum Beispiel das Efeu sieht noch sehr pixellig aus. Aber das wird wahrscheinlich alles nach und nach noch verbessert werden. Ist ja wie gesagt erst die Alpha-Version. Das muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Dann haben wir hier noch Glas-Zäune. Oh, die sehen ja auch interessant aus. Cool. Auch in drei verschiedenen Größen. Und ich finde es auch immer besonders cool, wie die verbunden werden miteinander. Das sieht immer richtig nice aus. Ist mir auch schon bei den anderen Zäunen aufgefallen. Sah da auch sehr cool aus. Hier haben wir dann noch mal eine... Ja, so ein Concrete. Ich weiß gar nicht, was heißt das? Beton, ne? Betonzaun. Auch in drei verschiedenen Größen. Hier oben dann noch mal so ein paar Metallstangen. Finde ich auch sehr cool. Auch eine sehr schöne Textur. Und als nächstes haben wir eine Kombination aus beiden. Auch nicht schlecht. Das ist natürlich cool, dass man das so kombinieren kann, ne? Hier die Concrete und dann hier so ein bisschen Glas. Und noch so die Steine durch. Das ist schon echt schön gestaltet. Hier vor ein bisschen Efeu. Und dahinter kann man dann wunderbar die Dinosaurier sehen. Ich bin auch mal gespannt, ob man die Scheiben dann einfärben kann von einer Seite, dass die verdunkelt sind. Damit die Dinosaurier nicht so gestört werden von den Gästen. Und dann kommen wir zum Abschluss noch mal zu ein paar wunderschönen Screenshots. Hier haben wir einen Brachiosaurus. Einer der größten Dinosaurier vom Early Access. Der wird jetzt aber noch nicht in der Alpha vertreten sein. Ich habe ja am Anfang vorgelesen, welche sechs das sind. Da ist der Brachium nicht bei. Das dürft ihr nicht verwechseln. Der Himmel sieht wunderschön aus, muss ich sagen. Und auch die Landschaft im Hintergrund. Ich bin hier gespannt mit dem Gebäude, wie der da reinkommt. Wenn ihr mal guckt, der Hals ist höher als hier das Gebäude. Läuft der dann da durch? Wahrscheinlich am Anfang erstmal schon, ne? Ich hoffe, es wird später dann so sein, dass er den Kopf einzieht oder sowas. Weil, falls nicht, dann müsste man ja für die Sauropoden wirklich riesige Gebäude bauen, wenn man so einen Indoor-Bereich haben möchte. Wäre ja ganz schön krass. Hm, da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Dann haben wir hier nochmal ein selbstgebautes Gebäude von einem Community-Mitglied. Schaut auch schon wunder, wunderschön aus, ne? Sind viele Texturen miteinander vermischt. Glas mit Beton und auch hier mit diesem Stein. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir nochmal eine wunderschöne Tropenlandschaft. Oh, das sieht ja auch cool aus. Richtig nice, auch mit dem Wasser. Die Palmen überall. Dann diese riesigen Klippen. Sehr schön gemacht. Und hier nochmal ein wunderschönes Artwork. Auch von einem Community-Mitglied. Ganz, ganz toll. Aber das war der Devlog vom Februar 2021. Sehr, sehr vielversprechend. Und es ist wirklich nicht mehr lange hin bis zu Alpha, bis wir das Spiel endlich spielen können. Ich freue mich schon sehr. Falls ihr das Spiel auch noch vorbestellen wollt, hier oben rechts, findet ihr den Vorbestellen-Button ihr natürlich nicht. Ihr könnt unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort ist das Ganze für euch verlinkt. Ich hoffe, dieses Video war informativ für euch. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.